Eine Narbenkorrektur wird immer dann notwendig, wenn mit grober Technik gearbeitet worden ist. Deswegen haben wir hier zuverlässige Techniken in der Lupenbrillentechnik oder in der Mikroskoptechnik. Nur wenn Patienten zu uns kommen, die entsprechende Narben haben, dann werden diese behandelt. Und so verläuft die Narbenbehandlung mit einem am Ende glatten Ergebnis der Narbe, sodass es hier etwas unauffälliger erscheint.